Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, ich bin sehr erfreut, dass wir uns heute hier versammelt haben zu einer genüsslichen Runde EGGLE mit Menschen. Ah ja. Ach so. Ah ja. Ja, die 0.8 ist jetzt draußen. Wir dachten uns, es wäre eine sehr tolle Idee, mal wieder EGGLE zu spielen. Der Mensch, der aufnimmt, das ist der sogenannte Comedy Boy. Das ist der Typ, aus dessen Sicht ihr das halt seht. Das bin ich, ich bin Trixie und der schwarze Mann neben mir, der ein bisschen in die Kohle aufgefallen ist, das ist eine Frau. Der schwarze Frau neben mir, der in die Kohle aufgefallen ist, der heißt Nils. Hallo. Ja, wir haben Spaß, will ich hoffen. Ich glaube, das wird ein sehr lustiges Projekt. Wir werden, glaube ich, die Welt komplett zerstören. Ich muss gerade nochmal was in den Anstellungen ändern. Das fängt ja gut an. Hatte leichte FPS-Einbrüche. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, wir müssen uns irgendwie noch rollenfestlegen, was wir da machen. Aber ich glaube, so weit ist es erstmal nicht. Ich glaube, erstmal müssen wir uns versorgen mit dem ganzen Krams. Boah, das ist, also es sieht so anders aus im Vergleich zu 0.7.3. Also ohne Scheiß, ist so viel dazugekommen. Ist das Eisen jetzt rot? Ich glaube schon. Kann sein. Also ist es halt mal. Das würde ja zumindest Sinn machen. Okay, und dann. So ein bisschen röttlich. Äh, Direkt ist, Start-A-Kamp in der Tour-Bahn und Selected. Okay, wir müssen erstmal unser Start-A-Kamp auf platzieren, glaube ich, für die ganzen Werkzeuge. Ja, Nils haut schon wieder ab. Ja, ich weiß halt nicht, wo hin. Ja, ist ja egal. Wir können ja auch uns irgendwie in drei Locations. Ich gucke gerade mal auf der Karte. Man sieht das halt einfach. Man sieht das halt einfach irgendwo hinsetzen und nachher können wir ja eh wieder umbauen oder das Ding halt abreißen. Die Frage ist, man sieht das Jungle-Vio gar nicht auf den, ähm, ach nee, ah, deshalb sehe ich es nicht. Ah, boi. Ah, ja, okay. Wir haben wirklich ein fettes Schnee-Vio mit drin, ne? Da können wir schön gute Pflanzen mitholen. Ah, die Karte ist auch deutlich detaillierter geworden. Oh, wie shit. Fändest du? Ja, naja. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Ich finde es krasser. So. Aber wir haben gar keinen Dschungel, könnte es sein. Hm, kann sein, ja. Ist halt eine kleine Map, deswegen. Obwohl doch hier sitzt. Naja, ist der Schatten. Naja, mal gucken mal. Wollen wir das eigentlich mit dem Land-Claim machen? Oder hier nicht? Nee, okay. Das ist wahrscheinlich unnötig. Mein Camp auch irgendwo hin, so in die Nähe von, von, von euch. Ich schlaf bei Nils. Weck du Schmarotzer. Die Frage ist halt nur, wir sind jetzt, ich kann Nils Zeugs gar nicht benutzen, weil ich unautorisiert bin. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir sogar mit Claim, oder? Das ist mit Dietz. Du hast dann ja immer ein Dietz im Inventar. Ach, stimmt ja. So war das. Von dem Ding. So war das, ja. Und dann kannst du hier, äh, Storch. Genau, da hast du jetzt Land-Claim-Papers, Land-Claim-Steak. Du hast ein Steak. Oh, Steak. Ähm. Weil. Tomaten. Okay. Lecker. Kann man schon mal Tomaten anbauen, glaube ich. Oh Gott. Wie viel. Oh Gott. Das, also ich muss sagen, die Tutorials gefallen mir auch schon mal irgendwie besser, weil das alles jetzt schön, einfach schon geordnet ist. Muss man sagen. Ja, dich echt super. So, wollen wir eigentlich mal schlafen gehen, um das direkt mal zu testen? Äh, sofort, wenn ich herausfinde, wie ich das Werkzeug kriege. Äh, du musst da, ja, E drücken und dann musst du das aus dem Storch rausnehmen. Richtig. Ähm. Hä, das irgendwie? Ich hätte dabei sterben können. Ja, genau. Fängt hier an, Alter. Oh, so, okay. Er muss das nicht so sein. Man muss sich voll viel gepalst. Okay, er könnte schon mal ein bisschen Holz, können wir ja machen. Ähm. Ähm. Hat ja eh nur um Reden. Äh, was ist das? Das war aber ganz schön knapp, ähm. So, was ist das hier? Property. Property, ja, das sucht mich nicht, Property. Yes, come on, skippen. What is that denn hier? Forage for food. Ey, wie behindert. Ich kann auch... Ich kann auch... Ihr müsst den Nutrition-Meter anlocken, ey, wie krass ist das denn? Skillpoints per day, the better quality and more balanced your diet, the faster your gain experience. Also ihr müsst erstmal auf dieses Essen oben klicken, damit ihr dann überhaupt eure Skillpoints bekommt. Was für Essen? Next. Each slice represents a different nutrient. Ja, ähm. Ich hab so ein Essens-Tutorial oben links. Oh, warte, ich hab grad... Ich hab einen leichten Film. Hm. Ich werde... Meteor gesichtet. Oh, ich hab... Oh, lol, ich hab sogar echt einen richtigen Film. Das ist fett. Äh, ich lese es jetzt mal nicht vor. Außer bei der food, the eggs are mine, it's nutrients. Warum kann ich das hier nicht... Ach, das ist dein... Ja, das andere Top-Ding, das musst du halt machen, ne? Ja. Gibt's mittlerweile LKWs? Also so eine Pickups? Ja, ja, ja. Es gibt auch Bagger und... Und Windkraftwerke. Ne, Windkraftwerke gab's ja vorher schon. Ja, es gibt doch fucking Kräne. Glaub mir. Yo, im Hintergrund einfach so Hochhäuser. Im Hintergrund hör ich einfach grad nur... Ja, also der Film ist echt... Der Film ist echt cool gemacht. Okay, warte mal. Ich muss erst mal... Ich muss erst mal alle Tutorials skippen, weil eigentlich brauch ich die ja nicht. Oh, ich hab einen Steak bekommen. Ist ja geil. Da ist der Bagger und die Ölraffenerien. Oh Gott, ich hab jetzt ein Spiel-Dings von Mal 20. Das heißt, beim Schlafen kriegst du mal 20 Skill-Punkte voll. Hä, wie geil das gemacht ist. Man sieht gerade bei... Man sieht gerade bei einem Zeitraffer, wie eine Stadt entsteht. Hä, das ist ja fett. Aber so als gezeichnet, also nicht in-game. Aber leider keine Musik oder keiner, der den Text vorliest. Das hätt's vielleicht noch ein bisschen authentischer gemacht. Oh, jetzt guck ich einfach... Okay. Hey Rob, äh, hier... Ne? Ja? Ja? Ja. Ja, ja, Robin. Das ist der Comedy Boy, ne? Ähm... Wir machen hier krasse Dinge. Ähm... Was ich sagen wollte, ich verstehe jetzt jetzt, wie du das meintest, mit dem... Durch Aktivitäten bekommt man Dinge. Ja, ich seh's gerade. Links ist bei mir so ein Kreuz. Ähm, dass ich das nicht... Weil ich das nicht gelernt hab... Ne, Kreuz gar nichts. Achso, dass du es schneller fällen kannst, ja genau. Ja, weil ich das noch nicht gelernt hab, krieg ich noch keine XP, glaube ich, dafür. So verstehe ich das. Kannst du schon heute mitnehmen? Ich würd' sagen, wir stecken erstmal so ein bisschen Zeug bei uns rein. Da kommt ein bisschen, äh, Holz. Wie viel kann man mitnehmen? 20, gell? Ich weiß nicht, wie viel man reintun kann, mit dem Zeug. Aber ich würd' sagen, wir gehen vielleicht einfach gleich pennen und... Ähm... 48 kannst du in deinen Storage reinmachen. Ja, in Storage, äh, ich mein, in der Hand tragen. Achso, 20, 20. Wie, äh, Böer aufbäsen. Okay, erstmal... erstmal lecker Tomate essen. Aber... Kann ich denn hier pennen? Äh, du gehst in dein... in dein Zelt rein. Du. Du gehst, glaub ich, aufs Bett und dann kannst du... Nein. Status. Kann ich hier nicht irgendwie pennen oder brauchen wir dafür ein Bett? Status. Storage, Crafting, Authorization. Ging, ging, gering, gering, gering. Vielleicht ist schon mal gut. Nö, okay. Okay, man kann es anscheinend doch nicht. Ich hab's hier aus, was ist denn Cedar? Open the map. Das schaff ich noch. Find an icon on the map and mouse over to view details. Habe ich auch gemacht. Open the right panel and expand environment data. Select an option to view it on the map. Ich will ein Big Horn Sheep Population. Die will ich sehen auf dieser Erde. Achso, Robin, du kannst ja mal gucken. So 30 Minuten ist eine gute Zeit. Ja, alles klar. Open the right panel. Also wir haben um 24 angefangen. Ungefähr. Na gut, gut, dass du's sagst. Äh, expand markers, click on drop marker to marker position. Oh Gott. Ja, dat ist ja super, wenn der Baum im Baum hängt. Muss halt beide fällen, also geht halt nicht. Oh, schat. Ich bin so. Ich glaub, dat wird, äh, sehr chaotisch. Oh, dat glaub ich auch. Aber ist gut, wenn's geholfen wird. Ja, dat ist immer super. Mhm, dann wird's jetzt egal. So, bisschen Holz. So, die Aufgabe ist abgeschlossen. Ach, ihr habt ja jetzt das Tutorial geskippt, gell? Ja, ihr habt das geskippt, ja. Ach, da muss ich ja eigentlich auch skippen, weil sonst kann ich nix lernen. Ja, gibt da, gibt da nicht viel Neues. Ich müsste nur noch mal wissen, wo man das Skill-Menü öffnen könnte. Z. Z, ah ja. Äh, ich hab ein bisschen Holz übrig. Ah, na, das Z funktioniert bei mir schon mal nicht. Äh, ich glaub ich hatte das umgeändert. Okay, das ist kein, äh, Comedy Boy, ich brauch mal irgendwie Authorization bei dir. Weil ich hab jetzt so, carrying five logs. Hab keine Ahnung, wo ich das hinpacken soll. Nein, hab das auf OO gelegt. Hast du mich schon autorisiert werden, ne? Vielleicht. Keine Ahnung. Naja, so nicht. Bei mir, das DAG ist bei mir voll. Das Ding ist voll bei mir. Berechtigung. Benutzer hinzufügen, TREXY, Benutzer, Arizona. 100. Ähm, wenn du auf E, oh, ne, warte. Ich kann, ne, 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 ne. E mit, äh, auf deinen Zelten, dann gehst du ganz rechts Berechtigung. Ah, das ist safe. Ich kann, aber ne. Ah, du musst es auf deinen Stock machen, glaub ich. Geh mal auf deinen Stock. Alter, da wird das auch noch von einer getrennt. Ad-User, äh, ja. Oh, ah ja. Danke. Voll. Ne, nicht voll. So. So, ich hab jetzt alle mal autorisiert, auch mich. Oh Gott, wie viel, oh Gott. Das, ich hab komplett vergessen, wie viel das war. Carpenter, Hewing, Logging, Lumber, Paper Milling. Hilfe! Also bei mir ist das weibus. Team, Wöl. So, ähm, ich, ich würd mich ums Essen kümmern, wenn euch das recht wäre. Hallo, Wöl. Jo. Ja, dann machen wir aber noch den Tisch. Ja, ja, mein Junge. Ah, nee, es ging doch auch irgendwie schnell, ne, dass man das so... Ich muss grad nochmal, ähm... Dass ich mir die Palps kurz reinsch... Ah! Oh, ne, das war falsch. So, ich geh da mal jagen. Hab ich überhaupt nen Bogen? Nein, hab ich nicht. Ich sollte mir das mein Werkwerk machen. Oh ja, wer braucht? Crafting. Workbench. 30 Sekunden, ach du scheiße. Ich hab auch gelesen, dass je krasser du geskilt bist, desto schneller kannst du dann auch Dinge craften. Ja, das wär ja... Das ist ja, glaub ich, der Sinn der Sache, oder? Oh. Oh, ich hab das Spiel gerade extremst hässlich gemacht. Wahrscheinlich auch, äh, 800 mal, keine Ahnung. Leute, wir haben Kohle, wollte ich mal so erwähnen, wir haben direkt Kohle bei uns, und, äh, ja, wir brauchen schon mal Stein, also, wenn irgendwer Stein warmen könnte vielleicht, weil, äh, da kann man Kämpfer machen, so ein schönes. Hä, was hab ich denn gemacht, Alter? Ich schwöre über Gott, das ist grad alles voll hässlich. Also, zufällig die, äh, wie heißt das Render-Qualität darunter gestellt? Also, die Render-Scale? Eigentlich nicht. Weil, wenn die auf 90 oder so drunter ist, dann... Also, die hab ich wieder hochgeschn... Liegt das ernsthaft da dran? Oh, das liegt da dran. Place! Ich autorisiere euch mal, äh, add-user, zack. Oh, das geht ja jetzt viel schneller mit dem add-ins, mal ohne Scheiß. Das geht richtig schön schnell. So, äh, ihr könntet sich mal... Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst. Wenn ich allein schon sie was hier drin ist, Arrow, Bow, Carpentry, Carved, Pumpkin, Construction, Post, Dirtrum, Fishery, HuneDoc, Metal Retail, aber hier, Process, Basalt, Kneiss, Granit, Limes und Cents und Shale, Proposal, okay, gut. Ja, äh, ganz viele Gesteinsarten gibt es jetzt hier neu anscheinend. Ach so, ja, das hat die Scheiße. Okay, ich brauch irgendwie einen Bogen. Ansonsten krieg ich keine Tiere tot. Ach so, brauchst du Holz? Ja, ich hab ein bisschen mit. Ja, also Flanken. Nicht nur du. Status. Also ich, ich würde gerne, ähm, die ganzen Schmelzsachen übernehmen und Produktion. Das heißt, du machst so... Und ich geh farm. Ja, ich, ich komm mit farm. Also ich kümmere mich ums Essen. Warte mal, wir brauchen noch... Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch jemanden, der sich allgemein um die Bauten kümmert. Kann ich gerne machen. Joa, das wär nice. Also gut, ich würd' vielleicht sagen, dass jeder so sein eigenes Haus baut und... Ja, klar. Ich würd' mich, äh, um die Tailings gerne kümmern. Ja, das war nur mal Tailings. Die Schmutzdinger. Die Verschmutzung. Ich mich drum kümmern, wie wir da drauskriegen. Also wie wir die Verschmutzung... Ja. ...verschmutzungsproblem lösen können. Das verdammt, ich mich halt nicht. Äh, ich bin nun immer noch ein bisschen verwirrt von dem... Hilfe, geh weg. Was, warum steht dann Chefs no? Ach, nein, nein, nicht no. Nein. Ich geh nur noch. Ich brauch eine Hacke zum Farmen. Hast du da? Nee, du hast, äh, keine Hacke. Also ich hab zumindest keine, also... Ja. Ach nee, das ist ein Hammer. Äh, ne, Sichel mein ich. Ich brauch eine Sichel. Farmer, Carpenter, Hunter... Ach, Mason war das. Äh, ich lerne mal mein... Ach nee, hä? Du brauchst Mason, Smetery und Smith am besten. Will Smith brauchst du. Ach so... Ähm, jetzt verstehe ich das. Oh, das ist... Oder ich glaube, dass ich verstehe. Ich glaube, du brauchst 14 Kalorien, damit du, ähm... Nee. Warte? Doch. Und zwar, diese Spezialisierung, ja. Finde ich auch geil. Spezialisierung ist die Deutsch und der Text da drunter ist auf Englisch. Ähm, you have not yet... Äh, mein Englisch ist sehr gut, ja. Ja, in this skill. After studying this skill, you can spend, ähm, start to reach level 1. Heißt, denke ich mal, du kriegst ja diese Skill-Punkte, also diese Sterne sind es ja jetzt. Die tust du dann einmal investieren und dann musst du über einer bestimmten Kalorienzahl, glaube ich, sein. Das sind diese 26 Prozent. Weil da steht, decrease calorie consumption... Nee, was? Ja, genau, danke. Bei, äh, 26 Prozent. Leute! Heißt, denke ich mal, dass man bei 26 Prozent Kalorien auflevelt. Also, wenn man das hält. Ich mach jetzt, ich mach jetzt einfach mal, choose money as facility, this will consume a star. So. Also, ich bin nicht, äh, autorisiert bei euch. Doch. Bei mir steht nö. Nee, jetzt schon. Nee. Bei mir bist du nicht autorisiert, das kann sein. Äh, ich hab immer so ein bisschen, so ein bisschen Shale Stone, das ist kein Cobble Stone. Also, wir brauchen ganz normalen Cobble Stone. Und bevor wir den... Ja, ich hab keine Ahnung, wie wir normalen Cobble Stone herbekommen. Wenn wir hier keinen richtigen Cobble Stone haben. Wollen wir mal. Nein, vielleicht nur nicht in dem... Ah, ist das Schlucken. Nee, hier ist doch... Was ist das hier? Das ist Shale. Das ist auch Shale, ja. Das ist Shale da unten. Wir brauchen normalen Cobble... Oh Gott! Das, das wird ja mal richtig kritisch. Das ist Grote? Oh, hier ist, glaub ich. Ich glaub, ich hab's gefunden. Also, ich brauche ja erstmal nur so acht Stück oder so, damit ich mir erstmal, äh, ne Sichel machen kann. Und dann würde ich mir vielleicht Bohren machen. Das ist schon wieder Shale. Hä? Okay. Ich bin noch verwirrt. Wissen. Verwirrt. 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 Ja, weil der erkennt das nicht als Stein an. Stone. Ich hänge teilweise irgendwie manchmal. Verachtet als Workbench. Process... Wir brauchen ein Rezept für Process Basalt und Process Gneiss. Dann können wir uns Stone machen. Wir können kein Stone bekommen. Weil das ist... Also, okay. Da müssen wir irgendwie Dinge tun. Okay, ich hab kein Essen mehr. Ah, doch hier! Process... Oh, ich bin so blöd. Und hier gibt's doch Process Shale. In der Werkbank. Zoo Stein, oder was? Ja, genau. Das nennt sich Process Shale. Und dann kannst du, äh, aus vier Shale kannst du einen Stein gewinnen. Wow. Nee, das ist... Das ist... Ah, nee, halt. Aus einem Shale kannst du einen Stein gewinnen. So rum. So, und das geht auch recht fix. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Es ist verwirrt, aber es ist cool. Und die Tiere rennen ja auch. Wow. Oh, naja, ich hab's grad... Ich hab's... Ich hab's grad von der Werkbank weggestoßen. Hallo. Äh, Purcell... Limestone... Sons... Sons... Dale. So, jetzt brauch ich mal einen Scythe. Äh... Scythe. Scythe. Ja, lass mich hier craften. Seh ich nicht an. Das ist meine. Ach du Crafts, da ist auch nochmal Steine drin. Äh, ich hab... Du hattest hier noch irgendwo was liegen gehabt. Äh, ich hab noch zwei Steine übrig, ne? Ja, kann er ja machen. Da warte ich jetzt noch. Also, ich hab leider ab und zu so paar Mikro-Lex, wenn jemand was platziert in den, äh, Lockshell. Ja, das ist, das ist glaub ich nochmal, weil der dort irgendwie... Ja, weil er jetzt das dann lädt. Bonsive. Oder Sky... Oder Skyrim. Ähm. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt will ich nochmal nachgucken, ob das... Reap. Ja, wir haben die Fire... Die Fireweed Seeds. Die Fireweed Seeds waren, glaub ich, sehr gut. Die hab ich sehr gut in Erinnerung. Ja, äh... Hätt ich irgendwie gefühlt, alles hatten. Not ripe enough. Ja, ich steig jetzt von... Also, ich steig gerade vom Level, steig ich auf. Ich nicht. Aber nicht. Wahrscheinlich brauch ich hier nur 14%. Ja, warum stand hier gerade eine... Warum steht hier... Bei mir steht jetzt zum Beispiel einmal einen Stern. Bei Survivalist steht, dass wir alle drei diese Spezialität haben. Und hier steht nur, dass nur ich Mason hab, glaub ich. Kann das sein. Survivalist haben wir alle drei. Ah, okay. Dann sieht man jetzt... Dann... Dann sieht man jetzt sogar, wer was hat, gelernt hat. Das hast du aber vorher auch... Calorie. Ne, das hast du vorher nicht gesehen. Ah, True's Gathering as a Speciality. Lissow Consume ist da. Ja, okay. Ich geh auf jeden Fall mit ins Geist auf Farmer, würde ich mal sagen, erst mal. Na, ich geh auf Mason. You can make Gathering as a Specialist. Ey, das ist ja mega cool. Ich find's auf jeden Fall besser als das davor. Das hat mich nämlich genervt. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ne, Shell will ich nicht produzieren. Wo's denn jetzt? Ah, jetzt geht nämlich auch der Multiplikator. Also das ist die Leiste. Hä, was hat... Hä, jetzt bin ich gerade verwirrt. Oh, ne, nicht U. B. Ne, hast du auch noch so einen Stern? Ja. Ach, ich hab Kohle abgebaut. Ja, da kannst du erstmal Räume fällen. Ja, weil das brauchen wir eh am Anfang, denke ich mal. Ja, na, ich gucke mich erstmal um die Nahrung, deswegen. Ja, deswegen. Und auch einen, äh, mit Stein, denke ich mal? Ja, mit Stein, mit einem Farmen. Ich will ja später die Produktion machen. Ich hab Kohle abgebaut, kann die aber irgendwie nicht ins Lager tun. Ich verstehe gerade nicht, wieso. Weil's voll ist. Ne, Trixie, sonst ist leer. Und irgendwie funktioniert manchmal bei mir eh nicht. So, getragene Blöcke. Ja, irgendwie passt das, kann ich das... Ah, ja, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich das da nicht reintun kann. Der U. Man kann das ja nicht aufeinanderlegen. Das geht ja nur Holz auf Holz. Und hier ist Stein. Aber, hä? Äh, ich mach uns mal, ich mach uns mal zwei große Stockpiles. Du hast mir keine Autority, äh, keine... Du musst mich mal autorisieren, bitte. Warte, 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 warte. Äh, ich will nur ganz fix, wo sind das jetzt hier? Wo ist denn das? Hier, Storchschest. Alter, ist die teuer. Zehn Holz. So, warte. Authorization, Comedy Boy. Ich hab schon mal ein, äh, Dings gemacht. Ein Keller. Wow. Du und deine Keller. Ja, und Keller, Quint. Wow. Ja, wir sollten vielleicht erst mal ein paar Storage Piles bauen und dann erst mal ein bisschen Holz lagern. Was trägst du dafür? Willst du mich verarschen? Hä, 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 hä. Hab ich ihn wohl aus, wir sind die Treppe weggebaut. Ja. Hä, hä, hä. Guck mal, ist denn jetzt schon ein Lager fertig? Ah, nee. Doch. Nee, ich kann nicht collect. Ach, pro Lager zwei Minuten. Ach, komm. Dauert er ewig. Ich würde euch empfehlen, vielleicht selber noch eine Werkbank zu machen, weil ich veranspruche, dass wir hier ganz schön viel. Akzeptiere ich nicht. Äh, oh. Gesundheit. Ach, das ist Kohle. Jetzt check ich bitte erst. Ja, das ist mir manchmal schnell. Hä, wie, wie kriege ich denn jetzt die Kohle da in die Fackel? Oder kann ich mit der Fackel gar nicht? Äh, mit der Fackel, mit der Kohle gar nicht. Hä? Was hat das denn für ein Baum? Na ja, komisch. Ich denke, wir müssen mal noch irgendwie die Baumstümpfe hier mit abmachen. Wir müssten irgendwann... Na gut, erstmal sollten wir vielleicht ein paar Bäume abholzen, dass wir da... Äh... Ne? Ja, ähm, was heißt denn? No Ru... Alles klar, geh erstmal weg. Okay. Äh, dann ist es ein falscher... äh, falscher Werkstoff, den du in Diamond mit. Das ist nicht der gleiche, den du... Nimmt die Fackeln nur Torches an als Kraftstoff? Ja... Hält 33 Minuten, geht eigentlich fit. Eine Fackel. Boah. Was brauchst du? Ja, geht eigentlich fit. Dauert ein 10 Jahre, aber... Kann man die... kann man die, ähm... Irgendwie ein- und ausschalten, oder ist die jetzt an? Scheiße, wo hab ich denn jetzt... Hä? Ah, ach nee, ah, guck mal da. Ich hab's doch grad gesehen. Ähm... Ja, was denn? Da kann ich's ausstellen. Wo ist denn das jetzt hilf? Was denn? Wo ist denn... Ich hab grad eben ein Lager in der Hand gehabt und jetzt ist es weg. Hä? Skadusch. Was ist das Sk... Skadusch? Du musst du's einfach weg. Ja, man. It's the kind of magic. Ah, jetzt ist es völlig in meinem Backpack, warte mal. Backpack. Ah... Du. Mann, und gleich hinterlässt der hier wieder Müll. Schmeiß dann mehr rein. Das sind halt die Menschen. So, ich würd' vielleicht erst mal hier nur so ne Lagerstelle bauen. Wer platziert hier überhaupt, äh, äh, wer platziert? Wer fällt hier überhaupt Bäume und lässt sie dann liegen? Ähm, Comedyboy, kannst du mich vielleicht mal richtig autorisieren? Wobei denn? Auf deinem Grundstück allgemein. Also bei, bei nem Zelt. Wie mach ich denn das? Beim, hey, auf meinem Zelt bist du autorisiert. Echt? Weil ich kann ja nichts platzieren. Ja, vielleicht... Ey, ist auch gar nichts von ihm. Also das ist auf jeden Fall nichts zu sein. You're not authorized here. Das ist Ellen. Kann ich das autorisieren? Komm mal. Geh mal ein bisschen weiter, meine Richtung. Bei der Torch hab ich auch, äh, kann ich auch nichts reinführen, weil er, weil ich auch nicht... Naja, ist nur die Torch, die da rein kann. Ah, hier. So, wenn wir jetzt hier in den Lager stehen. Das ist ein bisschen ungünstig, aber das, äh, wir werden hier eh eh noch ein bisschen was umräumen müssen. Liegt noch Holz. Das ich nicht aufsammeln kann. Soll ich dann vielleicht mal mein Holz da rein, alles im, äh, werfen oder... Ja, ja, schmeiß einfach ein bisschen Zeug rein. Okay. Das ist, das ist hier so ein Unterweg, der nicht komisch ist. Der Anfang in Ecke ist oder so immer ein bisschen stockend, das geht dann aber richtig schnell irgendwann. Stocken dann. Ich hab auch noch ein zweites Lager. Das würd ich dann aber erst später platzieren wollen. Ähm... Okay. Nee, du machst auch Logging, ne? Das heißt, du bist vielleicht auch etwas krasser im Bauen, kann das sein? Wie mal, ja... Dass es sich ein bisschen schneller bei dir geht. Hallo? Könntest du vielleicht ein Carpentry-Table bauen? Kann ich gleich mal gucken, warte. Ich brauch Essen. Okay, sogar 30 Holz und 14 Stein. Okay, warte, du brauchst Essen. Ich hau dir mal... Oh, warte, ich hab Tomaten... Ich hab Tomaten hier reingelegt. Oh, warte. Das war nicht von der Absicht. Ja, wir bräuchten halt dringend Fleisch. Ja, hier hinten sind irgendwo überall Hirsche. Und Wölfe. Ja, aber ich brauch heute erst mal einen Bogen. Und einen Bogen baut man sich aus 80 Plant-Fibers. Und Boards. Und Boards kriegst du ja nur am Carpentry-Table und an der Säge-Mödel, deswegen, ja. Wird das erstmal noch nichts. Wegen halt erstmal nur pflanzliche Nahrung. Ich warte jetzt erstmal, bis meine Truhe fertig ist. By the way, wir haben es 49. Ach, haben wir schon 49. Wir haben jetzt fast die erste halbe Stunde rum, holy shit. Ja, noch fünf Minuten. Das ging schnell. Ja, irgendwie schon. Ähm... Das dauert immer ein bisschen. Ich würde mich dann auch auf Hunter spezialisieren, ne? Also... Gatherer, Logger und... Also hier, hier... Nicht Logger. Ihr wisst, was ich meine. Abhunter. Genau. So, warte. Ich mache mal so eine Gemeinschaftskizze. Oh, die passt doch direkt rein. Wer zum Trick stellt da Dings rein? Ähm... Das war cool. Dirt. Hallo. Du setzt einfach Dirt in die Scheiße rein. Ja, warte mal, Dirt. Die nehme ich mir mal mit. Kommt noch mehr. Dann brauche ich mir mal auf die Schuppel. Weil da kann ich schon mal ein bisschen was umplanen hier. Warte auf Schuppel. Dann machen wir das hier mal ein bisschen ebener. Also die Gegend hier, ohne Witz, die ist super schön. Ich würde hier gerne bleiben. Echt? Ja. Ich würde hier nur so ein bisschen... Wie gesagt, ich habe hier mir schon einen Keller hin gemacht. Äh, was ihr macht, mir egal. Ja, also Robin, du kannst... Wir können auch gerne ein bisschen umziehen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Müssen wir... Ja, müssen wir mal gucken. Erstmal will ich mir die Welt angucken, bevor ich hier irgendwas festlege. Immer noch ein bisschen Palt. Denkst du? Äh? Kann ich eigentlich mal ein bisschen was machen. So. Ah, voll auf mein Kopf. Ist immer so laut. Timber. Ich würde auch ganz schön mal ein bisschen Eisen. Äh, soll ich das vielleicht machen, weil ich auch Mining gemacht habe? Der Pegex ist zu weak, zu break Copa auch. Ja, ich habe, ich habe den ganz Eisenspitzhacken schon bekommen. Achso, ja, dann leg ich es. Äh, äh, da hinten ist in. Hier, hier, hier. Oh, ich habe sogar ein Bild und gucke einfach nicht hin. So läuft das. Die Fold-Obi ist am Start, ja. Ja, absolut. Könnte man nicht hier irgendwie schlafen? Ja, wahrscheinlich mit dem... Ich wollte gerade ein bisschen Tromwett, das geht ja wahrscheinlich nicht im Starter-Camp. Bisschen doof. So, äh, wie viel Holzboden? Haben wir denn auch schon genug Stein? Nein, haben wir nicht. Ich habe 19. Du hast 19 Stein? Nein, äh, jetzt habe ich 20 Eisen. Ah. Äh, nie, ist das zufällig noch ein bisschen Stein? Äh, muss mal hinter meine Bücken, ja. Dann würde ich mit dem nicht das mal nehmen. Oh, guck mal. Ja, ich sehe schon, ihr braucht mal weiter die Bücken, den zweiten Storage kann das sein. Ja, äh, hier hat man, hier ist jetzt zum Beispiel eine andere Baumart. Sieht man ganz gut, glaubst du, eine Böcke. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder? Nee. Nee, eher eine Fichte oder sowas. Boah, so, hier ist ein zweites Stock-Pay irgendwo. Ähm, ist alles noch ein bisschen anders. Kann man nicht definieren, äh, definieren, genau. Definieren. Definitiv. Definitiv. Denitiv. Ähm, ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, ich wollte mir Stein holen. Also der Meteor schlägt ein in 29 Tagen, 23 Stunden, 15 Minuten und 57, 56, 55, 54. Miris? Oh zur Hölle. Da hinten. Wieso spielst du Jenga? Was? Komm, komm mal zu deinem Haus. Wieso spielst du hier Jenga? Wieso spielst du hier Jenga? Wieso spielst du hier Jenga? Und ich würde sagen, dass, äh, die Zuschauer leichter Ruckler haben. Joa. Dankeschön. Bitte. So, der mach ich mir jetzt erstmal ein lecker Stein. Lecker, lecker Stein. So, äh, wir haben die Zeit voll. Würde ich sagen. Äh, ja, äh, tschüss, bis zur nächsten Folge, ne? Ja, genau, würde ich sagen. Winke, winke. Ja, winke, winke, Alter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.